Bei Shortcut to the Top 2023 hat Maggett das nahezu Unmögliche vollbracht. Nicht nur hat er das Shortcut to the Top Match von der unseligen Startposition Nummer 1 gewonnen, sondern er kämpfte sich trotz Verletzung durch. Und direkt danach hat der Son of Nothing klargestellt, was er vorhat. Doch so zog Maggett den Zorn des WXW Unified World Wrestling Champions Robert Dreiska und seine Handlanger von Amboss auf sich. Das böse Blut zwischen Maggett und Dreiska reicht aber noch viel weiter zurück. Dreiska wird nicht vergessen haben, dass Maggett für die verheerendste Niederlage seiner Karriere innerhalb der Käfig-Schlacht verantwortlich war. Doch wird Maggett in der Lage sein, das zu wiederholen, wenn es diesmal um so viel mehr geht? Oder wird die Übermacht von Amboss einfach zu stark für den Son of Nothing sein? 764 healthprogrammir LEVI Und am Ende waren wir zum nächsten Malenskller. Bad Thirty-Experte